Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmersteinbaus. Heute mit einem Little Playtiff Set oder besser gesagt, was ist besser als ein Little Playtiff Stadion Set? Natürlich mit zwei Little Playtiff Stadion Sets. Denn ich war direkt am 23.05. als diese Sets im Little verfügbar waren, früh dort. Und das war auch gut so, denn sonst hätte man da auf jeden Fall nichts mehr bekommen. Ich bin ganz froh, dass ich die zwei Stadien, die ich auf jeden Fall haben wollte, bekommen habe. Das ist einmal der Signal Iduna Park, den ihr hier schon kurz gesehen habt. Hier natürlich umbenannt zum BVB Stadion in Dortmund. War ja auch bei der Europameisterschaft in Deutschland die Stadionnamen geändert werden. Von den Sponsoren, die ja eigentlich im Namen enthalten sind, zu den Ortsnamen. Und dann haben wir noch die Allianz Arena, die hier die Munich Football Arena ist. Und ich freue mich echt, dass ich die noch bekommen habe. Ich kann aber auch so viel sagen, als ich direkt nach Ladenöffnung, wie gesagt, den Little mit diesen zwei Sets hier dann verlassen habe, waren die Sets restlos ausverkauft. Und bevor wir jetzt zu den Sets kommen und die uns anschauen, nur einen ganz, ganz kurzen Exkurs. Denn ich bitte euch wirklich inständig, auch wenn ihr keine Sets bekommen habt, kauft die Sachen nicht bei Scalpern oder Resellern. Bitte füttert dieses Geschäft nicht, dass man irgendwo in einen Laden rennt und Leuten, die wirklich so ein Set gern hätten, die Sachen wegzuschnappen, dort ganze Regale leer zu kaufen, obwohl man es gar nicht möchte. Und dann ein Set, das im Laden 10 Euro kostet, für 30 oder noch 30, 40 Euro zu versuchen, weiter zu verkaufen. Bitte unterstützt diese Masche nicht. Wartet dort bitte wirklich, bis diese Euphorie, bis dieser Hype vorbei ist. Diese Sets werden auch irgendwann mal gebraucht im Markt sein. Und wenn man die unbedingt haben möchte, dann kauft sie lieber dort, aber von Leuten, die sie auch wirklich gekauft haben, um sie zu bauen. Denn wenn natürlich die Scalpern oder Resellern merken, dass ihr Geschäft funktioniert, wird es in nächster Zeit wahrscheinlich noch schlimmer werden. Ich finde das sehr, sehr traurig. Und falls irgendjemand, der dieses Video sieht, zu Scalpern oder Resellern gehört, dann kann ich da nur sagen, ich hoffe, dass dir beim Händewaschen nächstes Mal die Ärmel ins Wasser rutschen. Karma wird irgendwann hoffentlich seinen Weg finden. Danke dafür, Alblali. Aber ich möchte mit diesem Video eigentlich keine negative Stimmung verbreiten. Deshalb schauen wir uns doch die Sets jetzt an. Sie sind beide vorn designneutral. Das Design ist natürlich gleich. Wir haben die Lizenz von der UEFA. Auch von oben ist es leider designneutral. Auf den Seiten kann man mal wieder Sprachkurse belegen. Und auf der Rückseite sehen wir, dass es keine Rückseite gibt, denn die Seiten gleichen sich eigentlich komplett bis auf den Barcode. Alles, was ich jetzt zur Allianz Arena gesagt habe, gilt genauso natürlich auch für den Signal Iduna Park. Und weil die Verpackung vergleichsweise doch relativ langweilig ist, machen wir uns doch das Ganze mal auf und schauen uns zusammen die Anleitungen und die Steinetüten an. Beide Sets waren auf jeden Fall sehr gut gefüllt. Und ich denke, es ist unschwer zu erkennen, welche Steinetüten hier zu welchem Set gehören. Was sich auf jeden Fall gleicht bei den Stadionsets ist, dass wir eine schwarze 20x20er Baseplate dabei haben. Dabei handelt es sich um eine Stackable Baseplate. Und wir haben diese Lizenzplakette, die in beiden Stadien bedruckt beiliegt. Das ist schon mal sehr schön. Ich bin schon mal sehr gespannt auf die Steinequalität. Ich finde, die Playtif Steinequalität hat ja etwas nachgelassen bei den Lucky Luke Sets oder ist dort zumindest sehr schwankend gewesen. Ich hoffe, dass das hier wieder ein Stückchen besser ist. Wir finden das heraus und reden natürlich erst dann drüber, wenn wir auch etwas dazu sagen können. Also, wenn wir dann die Sets gebaut haben. Die Anleitungen sind genauso designneutral wie die Verpackungen. Beide sind klammergebunden. Die Papierqualität ist wieder völlig in Ordnung. Aber in beiden Sets haben wir etwas, was ich recht schade finde. Denn cool ist es natürlich, wenn die Lizenzgeoplakette bedruckt ist. Aber hier sind leider die Plaketten mit dem Stadionnamen und die Spielfeldmarkierungen nicht bedruckt. Das finde ich sehr, sehr schade. Das wäre sehr cool gewesen, wenn sie dort den Schritt noch gegangen wären. Denn zumindest die Stadionmarkierungen sind ja wahrscheinlich in jedem Set gleich. Und auch diesen Schriftzug hätte man gerne noch printen können. Dann hätten wir hier auch Pad-Printed-Sets gehabt. Das wäre natürlich richtig, richtig cool gewesen, wenn sie dort den Schritt noch gegangen wären. Besonders, weil man hier direkt beim ersten Bauschritt dann einen Sticker über zwei Steine klebt. Was ich immer doof finde. Ansonsten wird vor Blast dargestellt, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Und beim Signal Iduna Park haben wir 34 Bauschritte auf 20 Seiten verteilt. Und neben der Ansicht des fertigen Stadions haben wir auch nochmal die Teileliste. Hier könnt ihr euch das Video wie immer gerne anhalten, wenn euch das näher interessiert. Und die Rückseite ist, ja, blau. Das könnte aber Schalke-Fans eigentlich mehr gefallen. Alles, was ich bei der BVB-Anleitung gesagt habe, geht genauso auch für die Bayern-Anleitung. Hier haben wir 26 Bauschritte auf 15 Seiten verteilt, also deutlich weniger. Und wir haben hier die Teileliste auf zwei Seiten gestreckt. Auch hier haltet euch das Video wie immer gerne an. Wie ein bestimmter Fußball-YouTuber sagen würde, es ist angerichtet. Also fangen wir jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns gleich mit den fertigen Stadien wieder. Außer es gibt irgendetwas sehr, sehr Wichtiges zwischendrin zu erzählen. Beim Bauen denkt man doch über so manche Dinge nochmal nach. Und da ist mir aufgefallen, dass ich vorhin wirklich Quatsch erzählt habe. Denn es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, erstmal beide Stadien zu bauen. Denn ich zeige euch natürlich erstmal ein Stadion komplett, dann baue ich das nächste. Und dann schauen wir uns die beiden Stadien noch einmal zusammen an. Ich habe angefangen mit dem BVB-Stadion in Dortmund, querstrich dem Signal Iduna Park. Und der sieht wirklich, wirklich gut aus, meiner Meinung nach. Ich meine, wir müssen überlegen, wir haben hier nur knapp über 300 Teile. Und für den Maßstab haben sie das hier wirklich gut umgesetzt. Natürlich sind die gelben Querstreben essentiell wichtig, damit das gut aussieht. Und das haben sie gut getroffen. Die Grundform haben sie gut getroffen. Und wie gesagt, für den Maßstab, finde ich, haben sie die Vergitterung und die Fenster auch sehr, sehr gut vom originalen Stadion getroffen. Da es natürlich keine Bundesliga-Lizenz, sondern die UEFA-Lizenz ist, haben wir leider auf dem Dach hier kein BVB-Logo. Das wäre nochmal richtig cool gewesen. Aber da kann man sicherlich auch nochmal einen eigenen Sticker drucken. Oder man lebt damit, dass er an sich fehlt. Die Steinequalität war bei diesem Stadion wirklich solide bis gut. Sie haben sie eigentlich durch die Bank weg gut verbauen lassen. Wir haben eine wirklich hohe Klemmkraft. Das Baugefühl und der Anpressdruck könnten nur noch etwas angenehmer sein, damit es wirklich in den ganz hohen Ligen mitspielt. Aber für diese Preisklasse und die Set-Kategorie ist die Steinequalität auf jeden Fall gut. Wir hatten aber leider auch Ausreißer. Glück für Lidl Playtiff. Diese Roundplate haben wir nicht benötigt, denn es gibt noch ein Ersatzteil. Aber das ist schon ein wirklich bitterer Schaden. Und der nächste Ausreißer kommt gleich zu Beginn. Und dann hat man auch das Gefühl, dass die Steinequalität schlechter ist, als sie eigentlich ist. Und das kommt von der 20x20er Grundplatte, denn diese war schon recht stark verzogen. Das hat sich mit dem Bebauen dann gegeben. Aber deshalb haben sich die ersten Steine etwas unangenehm verbauen lassen. Das lag aber nicht an den Einzelsteinen an sich, sondern an der Grundplatte. Das Einzige, was sich hierzu wirklich negativ sagen lässt, ist der Sticker auf dem Spielfeld, der über zwei Fliesen geht und der Sticker hier vorn, der ebenfalls über zwei Fliesen geht. Hier könnte man einmal sagen, sehr, sehr cool wäre natürlich, wenn das auch gedruckt wäre. Und wenn man es vielleicht noch etwas realistischer sieht, es wäre einfach schön, wenn die Sticker geteilt wären oder hier eine durchgängige Fliese dabei gewesen wäre. Wenn das aber die zwei großen Kritikpunkte sind, dann seht ihr schon, ich hatte mit dem Stadion echt Spaß und hoffe natürlich, dass das bei der Allianz Arena auf einem ähnlichen Niveau läuft. Puh, die Allianz Arena steht und ich muss sagen, dieses Set hat mir leider ein paar Sorgen bereitet, beziehungsweise musste ich mich hier beim Bau leider hin und wieder ärgern. Und das liegt nicht mal an dem Set oder der Grundform, sondern wir müssen mal kurz über das Thema Qualitätskontrolle reden. Und damit meine ich jetzt nicht, dass Steine sich nicht gut verbauen lassen haben, sondern ich meine, dass ich bei diesem Set insgesamt sieben Fehlteile hatte. Und ich meine, wenn ein Teil fehlt, dann können wir darüber reden, dass das vielleicht in der Tüte hängen geblieben ist. Das kann passieren. Wenn aber sieben Teile fehlen, dann ist das schon sehr, sehr bitter. Und da gibt es auch keine Ausreden für mich, denn egal, wie günstig ein Set eingepreist ist. Und ob wir hier über ein kleines Set reden, so muss auf jeden Fall spätestens, wenn man das Ganze abwiegt, so läuft ja eigentlich die Qualitätskontrolle bei den Sets, dass die wirklich auf das Gramm genau das wiegen, was sie wiegen sollen, um sicherzustellen, dass nicht solche Steine fehlen. Da hätte das auffallen müssen. Und es ist hier aber nicht aufgefallen. Und ich als Kunde habe mich dann am Ende hier geärgert. Ich meine, ich konnte die Steine jetzt ersetzen, weil ich natürlich auch einen eigenen Teilefundus habe. Jemand, der sich das als Merch mitnimmt oder einem Kind, dem das vielleicht geschenkt wird und was jetzt keine große Erfahrung mit Klemmerstein hat, kann das nicht so einfach ersetzen. Insgesamt hat bei mir gefehlt eine rote 1x4er Plate. Dann haben zwei rote Käseecken gefehlt. Es hat eine weiße 1er Fliese gefehlt. Es hat eine 1x4er Fliese in Rot gefehlt. Und weiterer Kleinkram. Insgesamt, wie gesagt, sieben Steine an der Zahl. Mir ist aber auch beim Auspacken von dem Set aufgefallen, dass eine Tüte schon angerissen war. Jetzt kann es natürlich passieren, dass irgendwo in der Produktion die Tüte gerissen ist. Ich gehe sehr davon aus, dass es in der Produktion war. Denn das Set war original versiegelt. Es gibt bei der Packung keine Stellen, wo eine 1x4er Plate austreten könnte, ohne dass man es bemerkt. Und es hat gefehlt. Aber hier hat dann die Endkontrolle überhaupt nicht gestimmt. Davon abgesehen ist die Allianz Arena deutlich langweiliger im Bau gewesen. Es gab hier keine großen Highlights. Man zieht das genauso eintönig hoch, wie das Ganze dann am Ende von außen aussieht. Und man muss natürlich dann sagen, der Signal Iduna Park hat sich für so eine kleine Darstellung aus Klemberstein meiner Meinung nach deutlich besser geeignet als die Allianz Arena. Denn auch bei der Allianz Arena haben sie alles rausgeholt, was in diesem Maßstab möglich war. Die Allianz Arena lebt natürlich in echt sehr von ihrem Lichtspiel und auch von dem großen Allianz-Schriftzug, der hier ist. Wie gesagt, das ist die Lizenzsache, dass wir hier die UEFA-Euro-Lizenz haben und nicht die Bundesliga-Lizenz. Und davon abgesehen ist das Münchner Stadion eben echt unspektakulär, weil man solche Sachen wie das Lichtspiel nicht in so einem kleinen Klemberstein-Set nachbilden kann. Andererseits verstehe ich aber, dass man natürlich die Allianz Arena bei so einem wichtigen Turnier, wenn man so eine Reihe an Sets rausbringt, auch mit dabei haben muss. Und ohne die Fehlteile wäre auch dieses Set von mir eine Kaufempfehlung gewesen für 10 Euro. Denn auch wenn die Allianz Arena deutlich eintöniger war als der Signal Iduna Park, ist das für Fans für 10 Euro meiner Meinung nach keine Frage, ob man sich das zulegt. Der Signal Iduna Park hat da noch mehr überzeugt, aus dieser winzigen Architekturrichtung hat da nochmal mehr Spaß gemacht. Wir haben ein paar filigranere Teile, das Endergebnis gefällt mir besser und bei diesem Set muss man für 10 Euro überhaupt nicht nachdenken. Wenn ihr das irgendwo seht, dann kauft das gerne, aber wie gesagt nicht bei Skalpon. Auch wenn es natürlich die Fehlteilprobleme beim Münchner Stadion gab, muss man sagen, das ist wahrscheinlich ein Einzelfall. Wenn ihr sowas auch hattet, schreibt es aber gerne in die Kommentare, ich würde gerne wissen, ob das noch mehr Leuten passiert ist. Deshalb würde ich das jetzt im endgültigen Fazit rausnehmen, auch wenn da die Qualitätskontrolle zu bemängeln ist. Wenn man davon aber absieht, hat man hier gute Steine, hat ein schönes Endergebnis, es wird einem nichts Falsches versprochen oder suggeriert. Man bekommt genau das, was auf der Box zu sehen ist und hat dabei Spaß beim Bau. Und gerade als Merchartikel für Fans ist das natürlich eine schöne Sache. Und auch toll, dass das Ganze erschwinglich ist für 10 Euro, denn wir haben natürlich auch von Bricks die etwas größeren Stadien. Die Stadien sind nochmal deutlich teurer, sind aber meiner Meinung nach auf einem ganz anderen Platt als diese Stadien. Die kann man schwer miteinander vergleichen, denn die Bricks Stadien sind noch einmal detailgetreuer. Wir haben mehr Steine und vor allem sind sie voll bedruckt. Und das ist auch der größte Kritikpunkt, den ich an den Stadien hier habe, dass wir diese Sticker haben. Und nicht mal unbedingt, dass wir die Sticker haben, sondern dass sie bei beiden Sets jeweils bei jedem Sticker über zwei Steine gehen. Das kann man eleganter lösen. Sonst fällt das Fazit genauso aus, wie ihr es wahrscheinlich schon erwartet habt. Für 10 Euro richtig, richtig gut. Schlagt da gern zu. Alles, was mehr kostet, würde ich nicht unterstützen. Denn auch wenn die Sets für sich ohne den Preis gut sind, ist natürlich das größte Kaufalgument, dass man hier für nur 10 Euro jeweils ein Stadion bauen kann und damit preisgünstig seinen Spaß haben kann. Ich finde aber auch, die zwei Stadien haben gut gezeigt, dass wir hier konstruktionsmäßig große Unterschiede haben, je nachdem wie viel auch das originale Vorbild hergibt. Zum Beispiel das Volksparkstadion gibt es ja auch in dieser Euro 2024 Reihe. Und das finde ich sieht, zumindest laut der Verpackung, ich habe es leider nicht bekommen, richtig, richtig gut aus. Und ist noch mal ein ganzes Stück filigraner, weil aber eben auch das Vorbild das Ganze hergibt. Wenn ihr natürlich so ein Set selber besitzt, dann schreibt immer gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo-Daumen in Zukunft, nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Ich wünsche euch noch einen Daumen nach oben und ein Abo-Daumen nach oben und ein Abo-Daumen nach oben.